Willkommen zum neuen Furthall und Rossmann-Hall. Wir waren heute in Penny, Rewe, Kaufland und Rossmann. Wir fangen bei Kaufland an, immer ja ein bisschen leiser. Bei Kaufland haben wir 47 Euro ausgegeben. Da haben wir eine schon angefangene Apfelscholle, zweimal Wasser. Hier gab es Ü-Eier für 44 Cent. Haben wir ein paar Stück mitgenommen für Mädchen und unsere Monster-Teile. Gab es nur noch eins. Ein Pack Kartoffeln. Dann gab es für 1,11 Euro Punica Multivitamin, zweimal. Dann ein Pack Zwiebeln. Ein Pack Tomaten. Genau. Einmal Salat. Hackbärchen mit Nudeln. Einmal Nutella. Dann habe ich mir für mich Trauben mitgenommen. Auch für die Kinder, wenn sie es mögen. Kernlos für 59 Cent. Die werden auch ganz schnell gegessen. Ähm, hier haben wir einmal Käse für Wurstsalam. Einmal T-Sitter. Salami für meine Kinder. Salami für mich. Ich nehme immer die fettreduzierte. Dann habe ich so ein Flakes Pur. Ich mag die sehr gerne. Und als ich gesehen habe, die kosten noch 1,39 Euro. Und dann habe ich die mitgenommen. Die ist zwar ein bisschen kaputt, aber der Inhalt ist nicht kaputt. Und es ist auch noch bis 2017 hyper. Von daher super. Hier haben wir einmal Gelbwurst. Einmal Jungschweinbraten. Ich habe mir dann noch so ein Kochschinken mitgenommen. Für 1,11 Euro. Zweimal. Dann, ich habe diese mitgenommen. Die sind so lecker. Ich liebe die. Vielleicht kennst du die. Die haben nur 1,97 Cent gekostet. Und also die sind wirklich sofort mitgenommen. Hier haben wir so das Hose mitgenommen. 1,99 Cent zum Pfeffersauce. Einmal Kammerbeer. Eine Leberwurst. Ein Brot. Mehr Korn. Einmal im Netz. Mandarinen. Ich hoffe, die schmecken schon. Ein Leonhard und Wurstsalat. Ein französischer Frie. Dann eine Rama Balance. Für 50 Brot und weniger Fett. Für 1,11 Euro. Dann gab es für 25 Cent diese Teile. Mein Mann und ich haben uns ganz viel in New York mitgenommen. Wir lieben die ja. Ich habe mir dann noch 3 mal Müsli mitgenommen. Schokohimper Grunch. Grunch. Haferflocken Schoko. Und Kokos. Genau. Wollte ich mal probieren. Mal schauen, wie schmecken die. Die sind ja neu. Dann habe ich mir nochmal 3 mal Naturjagel mit 0,1 mitgenommen. Einen Ananas Salat. Ja. Und ein Toast. Das war es vom Kaufland. Jetzt kommen wir zu Penny. Da gab es wieder eins kaufen, jetzt gratis. Und zwar dieses Häckle Klopapier. Da hatte ich 3 Kopos. Also eins kaufen, eins gratis. Haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal mitgenommen. Das riecht nach Kamille. Der riecht echt sehr, sehr lecker. Und dann haben wir noch 2 mal Nudeln mitgenommen. Von San Fabio. Wir haben gezahlt. Wo steht denn das alles? 9,53. Und gespart haben wir 9,24. Genau. So. Dann kommen wir zum Rewe. Da gab es Montekauf, eins gratis, eins kaufen. Haben wir wie gesagt auch 3 Stück gehabt. Und da gibt es auch noch so einen Code. Den kann man im Internet eingeben. Finde ich ja voll cool. Vielleicht gewinnen wir mal was. Ja. Auf jeden Fall Montek. Wir lieben die. Dann einmal so Schoko-Olé. So einmal Karamell. Und einmal Schokolade. Und zweimal Loire kamen. Ich habe diesmal mitgenommen. Ich mag die ja sehr gerne. Ich schmecke sie so gut. Kann ich nur empfehlen. Die hatte ich mal in der Brandnussbox. Und mein Mann hat sich zweimal die mitgenommen. Dieses Extreme und Sport. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Wir haben 10,53 Euro gezahlt. Und 10,53 Euro gespart. Also die Hälfte. Dann waren wir in zwei Rossmann. Ich mache mal Licht an. Hier haben wir zweimal Viskas, Trockenfutter gekauft. Die gab es für 1,99 Euro am Angebot. 1 Euro habe ich Corpore und 10% noch eingelöst. Halb 2,20 Euro gespart. Also statt 3,98 Euro nur noch 1,78 Euro gezahlt. Dann im zweiten Rossmann haben wir 9,45 Euro gezahlt. 2 Euro habe ich Corpore eingelöst. 7,45 Euro also nur noch gezahlt. Also dafür hatte ich eine 2 Euro Corpore. Das ist Sacrotan mit Spender, wie auch immer. Schauen wir mal, wie das ist. Und es gab noch ganz viele von denen Duschgels. Ich habe mir 8 mal Summerfeelings noch mitgenommen. Und diese gab es auch für 40 Cent Cremedusche. Ja, ich kaufe lieber auf Vorrat. Und jetzt muss ich ewig keinen kleinen Duschgel mehr kaufen. Ja, meine Lieben, dann sehen wir uns im nächsten Foto. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.